Willkommen... Entschuldigung, Willkommen zu Rige Cloud Lobbies Fire Warms Cloud Wars mit dem guten M.G. muss mit... Guten Tag und ich habe nicht nur das M.G. dabei, sondern auch meinen Baseballschläger und Homerun King, Junge! Homerun King! So muss das! Ach ja... Ja, direkt mal zu Anfang, 200 Lebenspunkte, knallhart weggedonnert! Musst du gerade irgendwie niesen? Achso, scheiße, immer dieser Durchfall von dir! Was sagt ein Hadi gerade? Ach mann! Andauern, immer und immer wieder! Alter, mittlerweile ist selbst ihm zu viel! Das kann nicht wahr sein! Der ist so fucking laut! Ja, bei mir auch! Vor allem, ich habe den auf 1! Der ist locker doppelt so laut wie deine Würmer! Ja, ich glaube dann später, wenn ich die Aufnahme höre! Alter, das ist voll laut! Man hört dich gar nicht mehr! Achso, dann auch wieder nicht! So! Alter, Alter! Das war Massendamage im großen Stile! Aber nur ein Wurm hat sich jetzt gesprengt! Nur einer! Ja, die anderen haben alle überlebt! Ein Wunder! So, wo bin ich denn? Ah, dort bin ich! Ja, ich habe es gerade gesehen! Kraul da nicht runter! Ich kraul dir gleich ein! Das war die kürzeste Runde manchmal! Nee, wir hatten eine 2 Minuten Runde mal! Weißt du das noch? Nur Betonesel, 2 Minuten! Aua! Und die Runde, die am längsten gedauert hat, obwohl wir dachten, dass die verdammt schnell geht, war wirklich die Armageddon-Runde! Weißt du das? Ja! Die war ja übelst lang! So, ein paar Würmer sind zerlegt! Ja, der ist schon gehässigt, der gute Junge! Die machen das noch auf eine chillige Weise, die Runde, oder? Also jetzt nach diesem Armageddon? Nach dem Armageddon und dem Betonesel! Sieht die Map nicht mehr ganz fresh aus! Fresh? Joa, hau die Wand! Hau drauf! Ganz chillig! Hey, ganz smooth! Hey Jungs! Ich hab da war ganz besonders für dich! Den haben wir überlegt! Ganz, ganz guter Jahrgang an Holz! Den Stoff musst du dir einfach mal reinziehen! So! Und so! Der steht aber noch da! Ein 1! An der Kante! Joa! Joa! Kommt vor, ne? Ach nö, komm, hör auf mit der Kacke. Du weißt, dass das brutalst nervt, einfach nur, der Sound. Nein! Möp, möp, möp. Alter, du war knapp. Das war knapp. Alter, Alter, Junge. 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 Wieso steht eigentlich kaum ein Wurm von dir alleine? Finde ich behindert. So, wie kriege ich den da jetzt weggeteilt mit wenig Schaden für mich? Oder wie später muss, ja. Ob ich den treff? Wen? Dein. Nee. Wohl eher nicht. Nice. Hüpf! Jetzt hat Rürmer gestapelt. Man nannte ihn auch Hochstapler. Hast du es gehört? Meine Nase juckt. Ey! Ey! Das finde ich aber nicht nett. Aber gar nicht nett. Tschüss. Alter, was soll das denn? Nein. Gut, dass er die Waffe schon intus hatte. Mann. So schnell kann es gehen. Alter, was soll das denn? Genau. So und nicht anders. Du Arsch. Mit Ohren, Männern. Männer mit Ohren. Und dann habe ich... Oh. Du Arschkakes. Du hast Däumchen nicht wirklich weggebracht. Ich wollte dich wegbringen. Ich bring dich gleich weg. Um die Ecke, ne? Epp. Aber nicht zum netten Italiener. Mit zum netten Italiener. Was hast du mir eingelegt? Irgendwas Sprengkraft mäßig. Überlegenes. Tschüss. Och. Der hatte nur 20. Scheiß drauf. Yolo eben. Drei versus drei. Drei versus drei. Hm. Nein. 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 Okay. Was? Ohne heulige Granade. Meinst du, es wird was? Oh. Fuck. Oh. Im Sprung. Im Sprung. Der Wahnsinn. Das ist der Shit. Ein Stuntman ist er. Ein Stuntman. Bestimmt ist er irgendwo eine Kante. Sicherlich. Sonst wäre es ja nicht lustig. Ach, deine Mutter. Lol. Direkt an die Kante, wo du warst. Nein. Der steht direkt da. Oh fuck. Das wird Ärger geben. Au. Au. Das hat auch noch mal gut Wumms gemacht. Jetzt geht es jetzt. Nein. Oh shit. Da hast du gut weggehauen. Muss ich sagen. Zwei gegen ein Wurm. Das ist ein bisschen unfair, ne? Wie soll ich mich da nur erwehren können? Erwehren? Ja, erwehren. Ich ziehe einfach mal durch. Puh. Gut, dass er nicht trifft. Wie er lacht. Da lacht Hardy. Zurecht. Oh, eine Banone auf eins. Ach, deine Mutter. Ja. Okay. Der ist weg. Der ist weg. Da bleibt nur noch einer. Ein kleiner, feiner. Das ist nie so nett. Nee. Ach, Junge. Hör auf mit der Kacke. Ich nehme es dir nicht so schwer. Bleib stehen. Bleib standhaft. Mensch. Mein Wurm ist einfach nicht standhaft. Ich wollte erst eine Bunkerbombe nehmen, aber ich dachte, wenn du das überlebst, dann gewinnst du noch. Nee. Nee. Lieber Nieke. Auf Nummer sicher gehen und spülen. Ja, komm. Fick dich. Schatz mal. Beste, beste Glückwünsche für Lobius. Dankeschön. Danke. Ja, und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao. Genau. Macht's gut, Leute. Tschüss.